Hey Leute, heute spielen wir mal eine Runde Stick Wars. Haben wir noch gar nicht gemacht, aber wir haben das Spiel mal gefunden und spielen das jetzt. Und ja, wir haben schon unsere Teams erstellt. Das heißt, mein Team heißt Delta Force. Seins heißt Team 47. Nein. Team 47. Team 74 heißt das eigentlich. 74, okay. Ich glaube, du musst ein bisschen lauter reden. Ja, hallo. Okay, das ist so ähnlich wie das Spiel Worms, falls ihr das kennt. Ich spiele jetzt einfach mal auf dem, weil ich es will. Ich glaube, wir spielen einfach alle durch, die wir gerade on haben. Okay, ich mache mal die Maus weg. Ja, dann darf ich wohl anfangen. Das ist sehr unfair, wenn man anfangen darf. Das ist echt sehr. Finde ich nett. Ich finde, wenn man 2. ist besser. Darf ich anfangen? Soll ich anfangen? Ja, dann bist du ja der. Ist doch egal, soll ich anfangen? Nein, das ist mein Team. Ah, jetzt auf einmal, ne? Jetzt auf einmal. Also ich habe hier so komische Masken oder was das sind? Ähm, ja. M2. M2. Jetzt mal. Oh shit. Ja, ich habe doch gesagt, der am Anfang ist, hat immer den Vorteil. Ja, wenn man es kann, so wie ich. Nicht was. Ah, letzte Runde hast du doch verloren, ne? Ich geb dir gleich. Nee. Wenn man da ins Wasser fällt, hat man noch verloren, oder? Natürlich. Good job. Ja, es geht nicht, aber... Ja, natürlich geht es weiter. Guck mal, wie weit ich gekommen bin. Was? Ey, warum kannst du nicht? Ah, stimmt. Schön, dass du lesen kannst. Finde ich auch toll. Ähm, ja. Ah, falsch die Seite, man. Gut. Shit! GG! GG! That's what I said. Ja, okay. Also du musst allgemein etwas lauter sprechen. Ja, ja. Wieso? Das geht nicht weiter. Heaven, wie bin ich mit meinem anderen so weit vorgekommen? Weil meiner wegen deiner ersten Explosionen weiter nach hinten. Ja, ich meine, ich bin mit meinem anderen auch nicht so weit gekommen. Natürlich. Guck. Wie bin ich nach da oben gekommen? Ja, weil deiner da vorne stand und die anderen dahinter. Ah, ja. Ist gut. Sprechbar. Ich werfe nur meinen eigenen ab, merk ich gerade. Nein, machst du nicht. Hm, ich warte. Ich passte. Also, falls einer von euch das Prinzip noch nicht verstanden hat. Es geht darum, auf irgendeine Art den Gegner mit Granaten zu bewerfen. Nicht nur Granaten, auch andere Sachen. Schießen, treten. Genau, sowas. Ich bleib, glaub ich, einfach mal hier stehen. Damit er mich nicht so leicht treffen kann. Und ich werfe... Volle Kanne voraus. Vorhin hat's geklappt mit voller Kanne, aber... Du bist ja... Du bist ja... Du bist so... Schlecht... Warum?! Du bist so schlecht... Hab ich dir das schon mal gesagt? Gerade eben, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist nicht fair. Das gibt dir gleich nicht fair. Perfect. Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Wie gesagt, der Erste, der hat Vorteile. Aber du wolltest mir ja nicht glauben. Ich glaub, werf einfach so hoch wie du kannst. Alter, der wirft echt wie so'n Krüppel. Alter, der muss... Das ist nicht fair. Da muss... Alter... Oh, ich dachte schon mal. Ich will danach noch Revanche, oder? Ohne Witz. Revanche? Ja. Revanche, ja. Man muss ja echt werfen wie so'n... Wie so'n Verrückter, Alter. Du brauchst halt Fingergefühl. Du brauchst halt Fingergefühl. Als Maus. Jetzt, wo er verliert, ne? Ja, guck mal, da muss ich ja den da machen, Alter. Ja, brauchst du auch. Ja, glaub ja halt nicht. Siehst du? Das ist echt behindert, Alter. Das sieht nämlich... So, als würde er einfach direkt... Straight in die Höhe werfen, Alter. Aber nein, er wirft richtig. Ja... Was soll ich dazu sagen? Nein! Ein Hund ist tot, oder was auch immer das sein soll. Sind das Hunde? Ich hab keine Ahnung. Doch, das sind Hunde. Natürlich sind das Hunde. Duft dran. Ja, ich muss mir was überlegen. Ich würde nach hinten gehen, wenn ich da drauf wäre. Oder so. Willst du Dreier Kick machen, oder was? Ja. Du wirst es ja fast. Ähm, ja. Boots. Fickt euch alle. Ernsthaft? Ich dachte, er kickt alle drei auf einmal. Hast du mir mal gesagt. Du hast gesagt, er kickt alle drei auf einmal. Ja, du musst schon näher dran gehen. Als ob. Retten wir. Sie stehen alle auf einer Stelle. Okay, ich will der Reward. Shit. Alter. Meiner stirbt nicht. Ich weiß, aber trotzdem will ich ihm wenigstens noch ein bisschen was abziehen. Ja, Deiner stirbt jetzt auch nicht. Ooooooh. Kann mal Rücklauf laufen, ja ne? Also wieder in die andere Richtung. Hätte ich nichts dagegen. Meiner hat mehr Leben als Deiner, übrigens. Und danach töte ich den mit der Granate. Überlegst du gut. Also ich wäre für Gun. Ich geb's ja gleich. Ich muss mal was überlegen. Nächste Runde bist du tot. Ja, schau. Du kannst hier in die Mitte gehen. Zwischen meinen A und S, D, G, was. Und kannst da selbst mal begehen. Oh, runter machst du noch. Ich kann eh nimmer gewinnen, also. Ähh. Du hast keinen einzigen genommen. Keinen einzigen. Okay, ich will nochmal. Ich will nochmal. Ähm. Return to Main. Ja, ich dachte da steht. Einfach nimmer zu fern. Aber nein, anscheinlich. Ja, diesmal bin ich Astplayer. Nein. Doch. Ja, okay. Ja, okay. Dann bist du wirklich Astro. Dann nehmen wir mal... ...The Graveyard. Ja, machen wir alles. Der Friedhof. Gut. Dann bist du jetzt mal Delta Force. Was? Ja, dann bin ich dir herzlich. Es gibt mir das mal. Oder warte. Ja, es geht. Nein, nein, nein. Ja, doch. Ja, gut. Es geht. Ah. Toll, jetzt hast du natürlich einen Vorteil. Kann ich nicht entscheiden. Ach, wenn man rückwärts läuft... Was denn? Dann geht die Strecke wieder weg, oder was? Ja, von dem Punkt, wo du gestartet bist. Ich starte, wie weit, wie viel du überhaupt gelaufen bist. Also wie ihr wisst, kann ich mich, wie ihr jetzt seht, ziemlich gut aussehen. Ziemlich, ziemlich gut. Ernsthaft. Klasse. Ich finde das cool. Wer... Wer Granite... Ja, kann ich ja das nicht. Mal weiter gehen. Genau durch die Lücke. Genau durch die Lücke. Ah, Mann, Alter. Wenn ich jetzt mit C12 starte, Alter. Ohne Witz. Ah, gut. Ja, wie viel Leben hat der noch 10? Ich glaube, ich kick gegen die nächste Runde weg. Alter, du hättest auch einfach vorlaufen müssen, um mit dem Desmatik... Ernsthaft. Das fliegt voll beschissen. Alter, halt's machen. Das fliegt so übelst beschissen, Alter. Als ob das Ding, wie so ein Haus... Guck mal, das fliegt so beschissen. Ja, tja. Sag mir eins, wie weit kann man schießen? Also schießen, genau. Ja, ich glaube, so viel. Das Ganze fällt drüber. Wenn du auch triffst, natürlich. Glaube ich jetzt nicht. Okay, probieren wir es halt aus. Wie weit kann das Scheißding... Du musst einfach nur treffen. Also das ist auf jeden Fall getroffen. Ja, mach mal. Siehst du? Das geht aber so wenig ab. Tja, da musst du halt Headshot machen, da ziehst du halt die Hälfte ab. Geht! Wieviel Leben hat der? 80. Ich glaube, den verschanze ich mir. Was bringt der letztes? Ich glaube, ich bin... Scheißegal, ob ich meinen treffe. Ich treffe einfach fast nichts, Alter. Die Granaten sind so beschissen. Alles fährt gut, Markus. Alles wär gut, Markus. Alles fährt gut, nein. Aber diesmal kriegst du ja einen mindestens. Mindestens. Wie viel Leben hat noch deiner? 70. Schade. Schade. Sonst würde ich jetzt mit der Gun kommen und dich dann wegschießen. Schade. Dann dann noch eins. Klar. Ich muss mich erst mal richtig daran gewöhnen, wie scheiße diese Granatenfliegen. Du kannst mal abschießen! Hab ich irgendwas vorher. Wenn ich jetzt nicht treffe, dann... Ja, okay. Jaaa, klasse! Ja, okay, ich bin tot. Headshot! Okay, jetzt bin ich wieder Team 1. Doch, jetzt bin ich wieder Team 1. Aber jetzt ist die Welt so richtig beschissen. Das können wir schon. Ja, das haben wir noch nicht gespielt. Ja, du hast das gegen sich. Ja, okay. Ihr habt es noch nicht gesehen. Ich kenne es schon. Wir kennen es schon. Aber ihr kennt es noch nicht. Es gibt doch Musik. Ja, und danach macht er noch mal. Also noch eins. Mit der Void. Also mit dem Letzten. Ja, du hast dran. Das Letzte haben wir schon gemacht. Glaube ich. Wir haben das nicht aufgenommen. Ah, okay, gut. Nein, ich dachte wir hätten es schon aufgenommen. Kann man gucken, wo denn die Leute jetzt sind. Da ist doch einer. Ich sehe mich nicht. Ich würde jetzt beide. Nö, Chris auch nicht. Ich werde dich mal fehlen wieder irgendwie. Alter, das sieht's. Die Granaten sind so geschissen. Ich glaube, ich muss in diesem Radius sein, damit du mich mit der Waffe triffst. Kann ich sein. Was kannst du eigentlich? Das war jetzt ein Fail. Das war jetzt ein Fail. Alter. Ja, warum rollt das scheiß Ding nicht runter? Alter. Das ist so realistisch gemacht, das Spiel. Ist doch schon gut. Da komm ich nicht hoch. Geh doch unten durch einfach. Shit. Nö. Weißt, wie oft ich da runtergefahren bin. Das willst du nicht wissen. Also hast du schon mal gespielt, das Spiel? Ja, ich hab's oft gespielt. Ja, ich hab's noch nie vorhin gespielt. Drei Jahren. Nein, sogar vier, fünf Jahren. Gucken wir mal, wie logisch dieses Spiel ist. Nee, das klappt nicht. Mach doch einfach mal. Probier's einfach. Das Maul. Ja, unsere Zuschauer wollen wissen, ob das klappt. Probier's doch einfach. Das kannst du gleich probieren. Du schießt mit einem kleinen Mann, der da unten steht, den Mann auch. Okay. Klasse. Klasse. Ich bring halt einfach weg. Du musst jetzt da still bleiben und musst dann abschließen. Unsere Zuschauer wollen's ja sehen. Klasse. Sind da zwei, oder? Wo ist dein dritter? Optische Täuschung. Klasse. Shit. Hä, wo ist mein dritter? Optische Täuschung. Steht hier einfach direkt drin. Ja, da steht da echt drin. Alter, das muss getroffen sein. Nein, das wollte ich da gesehen. Ja, das da aufge... Aber das muss getroffen sein. Ich bin ja nicht blind. Doch. Wir wissen beide, Markus. Die Waffe verzieht vor allem. So, was gibt's hier Co., Krieg. Hä. Hä? Hä? Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Jetzt wird's scheiße. Und bei dir hüpft es über jede... über jede Schlucht hüpft das scheiß Ding halt weg. Ich mein, was ist daran fair? Willst du es nicht probieren, um über die kleine zerbrochene Brücke zu rücken? Ich bin mir schon so oft runtergefallen. Du hast es nicht gemacht. Alter, das ist so beschissen, dieses Spiel. Ja, du... Leute, spielt's nicht. Das macht euch depressiv. Das ist, was sie sagt. Wer denn jetzt... passt's wieder? Alle sind am Leben. Und wenn ich wieder was werfe, ja? Ich mache einfach das allergleiche wie er. Dann fliegt's immer weg. Alle drei wurden getroffen, was willst du mehr? Ja, aber so wenig. Guck mal, wie wenig das bei dir insgesamt abgezogen hat. Ja, aber seine Treffen, ne? GG! Aber seine Treffen, das ist so beschissen. Das Spiel ist so beschissen. Das Spiel ist so beschissen. Jörg! Natürlich! Er steht nur mit einem Fuß drauf. Natürlich! Er fällt nicht runter. Alter! Warte, wie viel Leben hat der noch? Ach egal, ich müsste eh runter. Ja, aber was? Weißt du was? Echt jetzt? Ich mache jetzt so einen richtig Low Kick. Guck mal, links unten ist Bild von denen. Das sieht bissl... Was ist das? Was ist das? Genau. Das muss ich mal hin. Du bist sicher über das? Wirklich sicher? Ne, ich bin mir nie sicher bei diesem Scheißspiel. Alter! Warum... Wenn du jetzt beide runterkicken kannst. Nö, ich... Ja, schieß mich ab! Schieß mich ab! Ich opfer ihn! Nein! Was? Nein! Scheiße, Wadam! Okay, warte. Ich muss mir jetzt überlegen. Gehe ich da jetzt links rüber damit... Ne, ich geht's. Nein! Ich hätte auch beide runterkicken können, aber ihr wisst ja meine Skills, die nicht vor... Oh ja! Deine Skills, die nicht vorhanden sind! Nein! Nein! Pack jetzt nicht deine Knarre aus! So bist du eine Pussy! Wieso bin ich eine Pussy? Ist halt so! Alter! Dieses Spiel hasst mich so sehr! Ready! Scheiße! Du hast jetzt aber auch sehr viel Glück! Okay, was war noch für eins? Custom Battle! The Void! The Void! Stimmt! Ich bin wieder Erster! Nein! Wir wechseln uns ab, man! Jetzt warst du zweimal und ich... Und du warst einmal! Und jetzt zweimal! Okay... Was? Okay, das muss ich... Wenigstens das muss ich noch gewinnen, um meine Ehre zu retten! Welche Ehre? Gute Frage! Okay! Das war abgehend! Also Granaten... Ne! Was denn? Granaten einfach nein! Nein! Ja, willst mich abschießen! Abschießen ist auch irgendwie nein bei dir! Stimmt! Aber wenn ich jetzt verfehle... Wenn es nicht der Kopf ist... Dann hätte ich... Dann hätte ich einfach selber gelacht! Er hat mal eine Granatenhütze! Auch ganz gut! Gut! Gut Job! Ja! Du kannst auch gerne eine Granate werfen! Ja! Ich würde es so feiern, wenn du da einfach runterfallen würdest! Ich würde es so feiern! Jetzt steht einer hinter mir und ich kann ihm mit dem nächsten ein Headshot geben! Das war zwar nicht geplant, aber es ist trotzdem gut! Das gleiche kannst du auch machen! Wenn du nachher dran kommen würdest! Ich merke gerade, mit denen komme ich glaube ich nicht so weit! Ich glaube, dann würde ich meinen eigenen abschließen! Ja! Hast du recht! Nein! Tuch's nicht! Sie wissen ja, dass er nicht so weit werfen kann! Ich vertraue jetzt dir! Du musst mindestens einen mitnehmen! Nein! Du kickst jetzt nicht! Natürlich kicke ich nicht! Josch! Ich... Ich fahre jetzt so hart! Das ist so ein scheiß Hund! Wortwörtlich! Ich schieße ihm jetzt auf die Eier, damit er auf jeden Fall stirbt, Alter! Alter, ich fahre jetzt so hart! Das finde ich jetzt nicht gut! Nein! Nein! Ja, ich muss auch Granaten machen! Weil wer von dort... ...dass ich dann beide auf einmal kämen kann! Boah! Shit! Scheiße! Alter! Wenn du jetzt runter spielst! Fresse! Ich hätte so gelacht, Alter! Oh mein Gott! Okay! Neuer Versuch! Mal gucken, ob er jetzt wegfliegt! Ähm... Ja! 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 Was willst du machen? Ne, das klappt nicht! Bist du dumm? Ich weiß das nicht! Dann mach ich halt! Shit! Was?! Markus, ich mach dein Angebot! Nur noch Kicken! Ja, okay! Lass nur noch Kicken! Dann verliere ich wahrscheinlich! Kommt drauf an, was jetzt passiert! Ob wir nur noch Kicken machen oder nicht! Nur noch Kicken! Ja! Jetzt auf einmal! Warte! Kann man da hochspringen? Ja! Boah! Ich hätte fast die Space House verfehlt! Ich war jetzt grad mal ernst! Ich find das so lustig! Ja! Egal! Ihr habt gesehen, ich bin besser! 3-1! Nicht was?! Ja! Ja, okay Leute! Ich hoffe es hat euch gefallen! Ihr könnt das Spiel ja selbst mal spielen! Macht's nicht! Okay, ja! Und dann würde ich sagen, tschau! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss!